Ja und wir suchen ein Weihnachtswunder für den Joker. Joker ist ein junger Hund, etwa ein halbes Jahr alt. Er ist ein Handenschutzmischling, das heißt, das will mal ein großer, kräftiger Kerl werden. Wir suchen im besten Fall Leute, die im Haus ein Wohnstück haben, wo er aber trotzdem natürlich mit rein darf, Familie in Anschluss bekommt, wo er Erziehung kriegt und ein Zuhause für immer. Also Joker aus dem Dresdner Tierheim sucht eine neue Familie.